Du bist ein ganz ungewöhnlicher Mann, der da an Ihrer Seite ist, Frau Gubb. Wo haben Sie beide sich kennengelernt? Vor 31 Jahren. Wir haben uns in Österreich kennengelernt. Ich bin ja gebürtige Österreicherin. Und wir haben uns in der Steiermark kennengelernt. Mein Mann war auf der Auerhahnjagd und hat auf der Nachbarjagd meines Vaters einen Auerhahn geschossen. Und tagsüber ist dann jemanden auch immer etwas langweilig. Und dann kam er auf die Jagd meines Vaters, hat sich dort die Trophäen angeschaut. Und ich war dann zufällig auch da. Und so haben wir uns damals kennengelernt. Was war das für eine Situation? Warum waren Sie auf Auerhahnjagd? Das ist ein jagliches Erlebnis. Und ich wollte einfach auch mal dieses Erlebnis mitmachen. Und habe mich gefragt, wo man einen Auerhahn schießen kann. Und in Deutschland ist er ja geschont. Und in Österreich gibt es einen Abschuss. Und das habe ich dann dort in der Nachbarjagd meines Schwiegervaters, habe ich dann dort die Gelegenheit gefunden. Und irgendwann hat er gesagt, ob ich die Trophäen beim Jäger des Baron von Holläufer anschauen wollte. Und da habe ich gesagt, ja, die Trophäen. Und die waren sehr interessant. Und dann kam mein späterer Schwiegervater dazu und hat uns noch zur Tasse Kaffee eingeladen. Und später kam die Mama mit dem Töchterchen, weil sie ihn gerade studierte. Und sie holte sie ab. Und dann fand ich sie irgendwo nett. Sie war 19, ich war 44. Und dann habe ich gedacht, gut, vielleicht kann ich sie mal einladen nach Deutschland. Wir sind Macron umgekehrt. Ja, ich wollte gerade sagen. 44 und 19, war das ein Problem? 44, ja. Nein. Dann wären wir nicht verheiratet. Haben Sie kurz darüber nachgedacht? Ich meine, Sie hatten ja, als jemand, der da auch schon in Verantwortung für seine Firma war und als Junggeselle lebte, waren Sie sozusagen neben der Auerhahnjagd auch sonst auf der Jagd? Also ich meine, waren Sie auf der Suche nach einer Frau? Ja, gut, das könnte man so auslegen. Aber ich sage jetzt mal, als Junggeselle ist man ja nicht ganz untätig. Und man schaut immer mal, wo es irgendwo nette Damen gibt. Aber ich war prinzipiell nicht geeignet, unbedingt zu heiraten. Ich habe noch mit 40 geträumt, ich sei verheiratet. Dann bin ich schweißgebadet, aufgewacht und dachte im Traum, das Leben ist vorbei. Aber dann war für mich auch klar, irgendwann kurz danach, dass ich beruflich Erfolg haben kann. Aber ich muss mich auch der Aufgabe einer Familie stellen, denn sonst hätte ich privat versagt. Denn das ist eine ganz große Aufgabe, auch eine Familie zu gründen und für eine Familie eine Verantwortung zu übernehmen. Ich habe allerdings gesagt, egal wie alt ich bin, meine Frau muss immer Anfang 20 sein. Weil ich, ja, das war so. Das ist für Sie ja schön, aber für die Frau vielleicht nicht dann, wenn man 60 ist oder 70. Das war auch nicht so schlecht, weil sie passte sich ja dann an. Und ich habe das deshalb gesagt, weil ich gesagt habe, sie muss ja nach Burladingen. Da, wo Sie ihren Schirmansitz haben. Und wenn sie schon zig alles erlebt hat, dann wird das immer schwieriger. Also muss ich sie so haben, wo sie dann erst was Neues erleben kann. Und dann ist es immer einfach, sie ist jung und kann dann in das Leben hineinwachsen. So haben wir das gemacht. Wollen wir das wirklich so stehen lassen? Ja, das dürfen Sie so stehen lassen, weil ich natürlich auch die Flexibilität hatte, die mein Mann nicht hatte. Mein Mann hatte die Firma, mein Mann hat Verantwortung gehabt. Und ich konnte eben auch noch meinen Wohnsitz wechseln. Und habe das dann auch freiwillig getan. Also nicht, dass man jetzt gemeint hat, ich wäre jetzt von Österreich irgendwo hingezerrt worden. Nein, ich habe das freiwillig gemacht. Aber ich war eben noch jung und konnte mich auch auf eine neue Lebenssituation einstellen. Und die war ja durchwegs auch interessant, die neue Lebenssituation. Also die war jetzt auch nicht schlecht. Ja, war das lieber auf den ersten Blick zwischen den beiden? Nein. So kann man das nicht sagen. Nein, das ist auch, das klingt immer so schön. Aber man muss sich ja, also zumindest für meine Seite her war es ja so, dass ich mir das ja auch gut überlegen musste, ob ich jetzt nach Deutschland ziehen möchte, ob ich jetzt meine Heimat aufgeben möchte, irgendwo anders ein neues Leben beginnen möchte. Und daher sage ich, muss man das auch abwägen. Ja, man muss sich ja auch erkundigen, gibt es irgendwo welche kleinen Grupps oder sonst irgendetwas. Ob man schon Kinder hat. Ja, das war ja, so ist es, genau. Und das war ja dann vielleicht auch ein Kriterium. Und ich musste ja mein Leben aufgeben. Also muss man das auch ganz genau anschauen. Ja, speziell bei so einem aktiven Junggesellen muss man da mal genauer hingucken. Was aber nicht heißt, dass danach, wenn man sich dann besser kennenlernt. Und damit ist das vielleicht auch etwas beständiger dann manchmal. Was hat Sie denn dann so überzeugt an diesem Mann? Gut, mein Mann war immer interessant. Also er war immer anders und er war immer interessant. Und es hat sich immer ein zweiter Blick drauf gelohnt. Ja, und ja, und es war immer spannend und es ist nie langweilig geworden. Und daher sage ich, ist es, und dann haben wir uns eben einfach über, wir haben uns zwei Jahre lang dann beschnuppert und kennengelernt. Und dann haben wir geheiratet. Und ich möchte jetzt mal sagen, auch nach 28 Jahren Ehe würde ich ihn jetzt nicht eintauschen. Ja, das, äh. Applaus Vielen Dank.